Prinz William sollte seine neue Rolle als Prinz von Wales genießen und die Leute sollten ihn seine zukünftige Rolle als Monarch kennenlernen lassen, behauptet ein königlicher Historiker. Prinz William beginnt sich endlich in seiner neuen Rolle als Prinz von Wales wohlzufühlen und sollte niemals vor seiner Zeit die Nachfolge von König Charles als Monarch antreten, behauptete ein königlicher Historiker. Und sie sagte, die Fans müssten dem König erlauben, seine neue Rolle kennenzulernen und sich auf seine zukünftige Rolle als Oberhaupt der Monarchie vorzubereiten. Eine im September veröffentlichte Umfrage ergab, dass mehr als vier von zehn Briten der Meinung waren, dass William und nicht Charles die Nachfolge der Königin hätte antreten sollen. Und es zeigte, dass fast zwei Drittel von uns wollen, dass der König und die Königin damit beginnen, Macht und Verantwortung an William und Kate zu übergeben. Aber die königliche Historikerin Marlene König hat diese Behauptungen zurückgewiesen und gesagt, dass der Prinz von Wales in seiner neuen Rolle großartige Arbeit geleistet hat und dies auch weiterhin tun sollte, damit er sich in seine zukünftige Rolle als König einarbeiten kann, Großbritannien. Sie sagte gegenüber Express.co.uk, William kann nicht König sein, weil Charles bereits ein großartiger König ist. Es war ein nahtloser Übergang vom Tod seiner Mutter bis zu seinem Aufstieg und er war vorbereitet. Wer möchte seinem Sohn eine solche Last aufbürden, wenn er gerade erst anfängt, sich in seiner neuen Rolle wohl zu fühlen? Der königliche Historiker sagte weiter, dass der Prinz von Wales und seine Frau, die Prinzessin von Wales, bei ihren jüngsten königlichen Verpflichtungen großartige Arbeit geleistet hätten und ihre Bemühungen von der Öffentlichkeit, sehr gut aufgenommen, worden seien. Die Menschen müssen ihnen erlauben, ihre gegenwärtigen Rollen zu genießen und ihre zukünftigen Rollen als König und Königin kennenzulernen, forderte sie. Die Menschen müssen ihnen erlauben, ihre Die Menschen müssen ihnen erlauben, ihre